Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Überleben. Ja, wir schauen mal und erstellen die neue Welt. Die Welt wird geladen. Das schneide ich euch jetzt nicht raus. Also ich meine, ich kann ja ein bisschen labern. Die Fahrzeugen im Durchschnitt so 10 Minuten gehen. Und ja, ich hoffe euch gefällt das Projekt. Ja, ich werde Minecraft Überleben beenden. Äh, normal beenden. Also ihr wisst doch nicht, ne? Ähm, ja. Oh, läuft schön lustig. Also ich hab ein paar Sachen hier runtergelöscht. Also es leckt ein bisschen schon, ne? Es leckt zu sehr. Warte, 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 warte. Optionen. Hm. Grafik. Ich mach mal auf maximale FPS. Äh, beleuchtet auf die Analytics. So, Logo-Bewegung an. Erweitert das OpenGL. Ist raus. Die GUI-Kurs ist automatisch. So, okay. Vollbild ist auch, aber dann müsste es jetzt irgendwie besser sein, ne? Ja, also das erste Mal suchen wir natürlich einen Baum, wo wir die Holz abbauen können, ne? Und dann... Ja. Ähm, die erste Zeit habt ihr, könnt ihr euch gerne angucken. Ähm... Oh, was hab ich jetzt gemacht? Wie immer einfach Holz. Danke. Jetzt kommt jetzt jeden Tag ein Part. Ähm, liegt da dran... Ja, also ich darf... Ich sag... Also ich sag einfach, ich darf eine Stunde am PC sein. Warte, jetzt hab ich ein Ding eingesammelt. Und was ist das? Ein, ähm... Okay. Die kann ich töten, ne? Boah, jetzt haut der Lappen ab, oder was? Oh, ey. Ich hab die vier. Ich hab die vier. Die doch, ey. Naja, komm, noch brauchen wir so, die wir noch nicht zuerst. So. Bauen wir uns erstmal mal bisschen Holz ab. Äh, bauen wir uns erstmal mal bisschen Holz. Bauen wir uns erstmal mal bisschen Holz. Bauen wir uns erstmal mal bisschen Holz ab. Bauen wir uns natürlich erstmal bisschen Holz ab. So. Okay, und jetzt müssen wir gucken. Ops, fail. Hm. Muss wir Holz ab bauen? Ja, und am Wochenende kommen, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht auch nur jeden Tag einer. Aber ab wozu kommt am Wochenende dann noch ein Multiplayer. Ja? Einfach mal schauen, boah? Äh? 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 Wie schon... Ich weiß gar nicht, ob ich die Patogelehrer habe. Aber ja, mach ich mein Gott nicht. Also alle haben immer gesagt, hier mein Gott. Boah, ist doch voll cool. Und ich mach dir mein Gott für mich. Aber jetzt mag ich das voll cool gespielt. Ne? Kann ich das auch nicht abbauen? Ah, so, danke schön. Ist es weit weg oder was? Schade. Alles klar. Ähm, anderes Projekt. Äh, lol? Ja, also, es wird wahrscheinlich nicht so sein. Äh, lol kann ich nur am Wochenende aufnehmen, weil, lol und... Ja, warte mal kurz, hab ich hier ne Leistungswarnung? Ja, das sieht zwar komisch aus, aber das kommt immer. Äh, egal. Ich hab, äh, ich hab manchmal PC hochgefahren. Und dann kam plötzlich Leistungswarnung. PC, Leistungswarnung. PC wird bahnt durch Windows. Ja. Kein Kommentar dazu. Und was hab ich jetzt gemacht? Ich hab das... Fenster. Ja. Mann, dankeschön. Und ihr seht's unten wahrscheinlich gerade gar nicht mehr nützlich, sondern jetzt seht ihr's. Ja, äh, Moment, kurz auf. Einmal Pause. So, kurz auf. Einmal Pause. Mein Vater kommt grad zur Tür rein. So, okay. Jetzt muss ich das abbauen, um ans Holz zu kommen. Das ist eine Frechheit. Ja, fangen wir halt das ab. Die ist ja auch Holz, aber keine Ahnung. So, upsala. Ähm, ja, ich will das gar nicht erzählen. Ein bisschen über irgendwas will ich ja reden. Ne? Der ist ja nicht nur totale Langweile hier in meinen Videos. Ähm, ja, ich guck mal, ich will die Kuh töten. Aber da kommt doch nicht hin. Oh, weg. 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 Dankeschön. Ja, die kann ich hier nicht abhauen. So. Ah, jetzt hab ich hier unten irgendwie so ne coolne Leistung bekommen. Ja, also ich bin halt relativ neu im Minecraft. Ich glaub, das merkt man mir auch an. Äh, ein Freund von mir hat sich trotzdem bereit erklärt, mir das halt alles zu erklären. Ja, wie funktioniert das so. Und ja. Das müsste auch Holz sein. Ne? Also ich weiß, dass man Holz braucht. Um Sachen zu bauen. Ich glaub, das ist aber auch logisch. Äh. Ja. So, ich brauch jetzt erstmal ein bisschen Holz hier ab, ne? Oh, das fängt an zu langen. Aber es ist doch egal. Wir sehen das Spiel ein bisschen und haben Spaß. So, und was soll das? Hm? Was soll das? Hä? Nun ja, äh, wie ich aufs Let's Play gekommen bin. Also ich hab, ähm, vor einem Jahr angefangen Let's Plays zu gucken, zu spielen, die mir halt gefallen. Ähm, ich hab früher Let's Play League of Legends geguckt. Ähm, und das erste Let's Play, das ich jeweils geguckt, das ich geguckt hab, äh, war bei Geilkind. Äh, war das, wie heißt's, ne, kommen wir nicht auf den Namen. Na. New Super Mario Bros. Wie? Wie, genau. Wie? Äh, so. So. Ich muss mich hier hoch und ich muss mich dieses Scheiß abbauen und mich auch noch. Warlex. Aber mir ist es egal. Ja, durch das Free Gather, und jetzt hab ich, ne, äh, noch einen Lappen. Ähm, durch das Free Gather von, ähm, Pokémon Feierrot, ähm, Bodomi, zusammen mit Caleb, oder la, war ich jetzt totale Scheiße? Das ist ja ja doch Caleb. Also mit Trubini, Shara. Ähm, und mit Markus, Neosan, äh, Let's Play That, da bin ich dann aufmerksam geworden auf Neosan. Weil ich find den echt cool. Und warum leck das jetzt so? Müsst ihr mir was antun? Seid ehrlich, ja ihr müsst. Äh. Äh. Ist das was, okay? Ne, okay, gut. Ich kann nicht durchlatschen. Ähm. Ah, ja. Eine Insel. Ähm. Na, geh doch raus! Ja, und ich mach das jetzt so, ich meine, jeder Stunde, okay, ich würde zwei Parts aufnehmen können, aber ich mach das jetzt mal so, weil so hab ich Freude und jetzt verrecke ich. Super. Was ist das? Ein Tinten-Fisch. Ah, Tinten-Fisch. Und ich verlier Leben, weil ich so dumm bin, hier hochzukommen. Ja. Ach so, mit den kann man auftauchen. Oh. Ich hab Hunger. Oh, ich krieg Hunger. Oh, oh. Oh, oh. Ah, jetzt versteh ich auch. Oh, du scheiße, die Wrecke. Ach so, das bin ich. Äh, ich hab Top Skin. Gut. Okay, äh, wir sehen uns am nächsten Tag. Bis dann und ciao. Und, ja, jetzt haben wir jetzt auf Screen die Dinger ein. Und, ja, bis dann und ciao.